Mit ihrer frechen Berliner Schnauze wurde sie zum Publikumsliebling. Rein mit den Koffern, raus mit den Koffern. Typisch, Mann. Das ist ein kleiner Scherz von mir. Zum 115. Geburtstag der einzigartigen Komödiantin Grete Weiser erinnert Heimatkanal mit vier herrlichen, urkomischen Heimatfilmen. Also trotzdem, Herr Doktor, stürzen wir uns ins Vergnügen. Wo stürzt man hier? Ich habe einen Master hier, ja, ne? Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Bitte Vorhang auf! Unser Filmstar des Monats. Grete Weiser. Jeden Mittwoch im Februar um 20.15 Uhr. Nur auf Heimatkanal.